Dein Vater hat Schulden, ne Menge vom Spielen. Stefan hat sie bezahlt, um die Familie vor Schande zu bewahren. Marco hat zwar versprochen, es ihm zurückzuzahlen, aber jetzt will Stefan statt des Geldes, dass wir ihm dabei helfen, seine tschechischen Geschäftsbeziehungen zu verbessern. Deshalb deine Hochzeit mit Janko. Das heißt also, ihr habt mich verkauft? Deshalb sind wir aus Wales weggezogen. Wie viel bin ich wert? Dein Vater schuldet ihm Hunderttausend. Ähm, was ist, wenn ich nicht will? Du bist leider unsere letzte Rettung. Und wer... Und wer rettet mich? Bitte, tu es für uns. Du bist Lehrer. Chris. gently, interactive.